hallo und herzlich willkommen in diesem video möchte ich ein kleines modul vorstellen was ich ziemlich cool finde und auch gerne in meinen runden nutze das nennt sich break time break time macht folgendes ihr könnt im spiel hier links oben in den charakter tools haben bekommt ihr eine neue tür und könnt direkt im spiel sagen hey ich bin nicht da spielleiter modul macht dann folgendes es schreibt einmal im chat eine standardnachricht wo wir uns gleich mal anschauen wie wir die ändern und links unten in der spieler liste wird neben demjenigen der diese tür angeklickt hat einmal kurz angezeigt hey derjenige ist nicht da so könnt ihr relativ ohne die gruppe zu stören ziemlich fix einmal kurz sagen hey ich bin gerade kurz abwesend muss man austreten oder was auch immer und über das erneute klicken der tür könnt ihr sagen hey ich bin gerade wieder da das finde ich ziemlich cool gleichzeitig könnt ihr als spielleiter auch eine gemeinsame pause auslösen indem ihr hier unten auf break time klickt dann wird für alle spieler erst mal das spiel pausiert und alle spieler die dann gerade eingeloggt sind werden hier in der liste aufgeführt und jeder einzelne kann sagen hey ich bin zurück und wenn man sagt hey ich bin zurück dann seht ihr in der liste komplett der ist zurück der ist zurück der noch nicht und könnt irgendwann ja nachdem das dann beendet ist dieses ding auch wieder schließen und dann wird das spiel fortgesetzt und die pause beendet also so ein bisschen eine pausenverwaltung wenn ihr mit video spielt braucht ihr das vermutlich nicht ich selber habe aber fast reine audio runden und das ist das immer ganz cool wenn man dann einfach zwischendurch mal kurz sagen hey ich bin gerade nicht da oder wir machen jetzt eine kurze pause und man sieht wenn alle wieder am spieltisch virtuellen spieltisch sind es gibt noch ein paar einstellungen zu dem modul hier unten hier oben sind zu break time zum einen könnte die automatische pause aktivieren deaktivieren also wenn ihr sagt ihr wollt bei break time also wenn ihr direkt hier unten die funktion nutzt keine pause auslösen nehmt ihr es raus ihr könnt den button auch komplett ausblenden so dass es nun einzelne hausen funktionen gibt also nicht pausen funktionen soll dass ihr nur einzeln wegtreten könnt und hier könnt ihr die abwesenheits und zurück message einstellen und nochmal korrigieren ein deutschen oder wie auch immer ihr das wollt das war's mehr kann dieses modul nicht aber ich finde das ist eine kleine nette verbesserung um euren spielern und euch auch die möglichkeit zu geben kurz mal einfach vom platz weg zu gehen ohne dass ihr jetzt ein rollenspiel moment oder so unterbrechen müsst als spielleiter seid ihr natürlich meistens dabei aber gerade als spieler der gerade passiv dabei ist könnt ihr einfach mal kurz draufklicken ihr seid nicht da der spielleiter sieht es kann es links unten und im chat sehen und weiß dann auch wenn er wieder wenn ihr wieder ansprechbar seid ja was haltet ihr von dem modul schreibt mir es doch in die kommentare und ansonsten sehen und hören wir uns beim nächsten mal tschau 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 Vielen Dank.